Ja, hallo und frohes neues Jahr, liebe Cannabinoide-Community. Willkommen zu den News aus dem Dezember. Deutschland. Änderungen der höchsten Mengenregelungen bei Betäubungsmitteln. Die Tage des A auf den Betäubungsmittelrezepten sind wohl gezählt. Zum 8. April 2023 soll die derzeit in der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung verankerte Höchstmengenregelungen fallen und mit ihr die Pflichtangabe A auf den BTM-Rezepten bei Überschreiten dieser Grenzen. Ja, bereits im Oktober hatte das Bundesgesundheitsministerium den Entwurf für eine entsprechende Änderungsverordnung vorgelegt. Ja, und am heutigen Mittwoch hat sie auch das Bundeskabinett beschlossen, wie das Büro des Beauftragten der Bundesregierung für Sucht- und Drogenbeauftragten, Burkhard Blinert, mitteilte. Die bisherigen Vorgaben entsprechen nicht mehr dem Stand der wissenschaftlichen Kenntnisse und den Erfordernissen der ärztlichen Praxis, weil sie nicht mehr auf dem Arzneimittelmarkt vorhanden Betäubungsmitteldarreichungsformen kompatibel sind. Sie sind künftig verzichtbar, weil sie nicht zu einer zusätzlichen Sicherheit des Betäubungsmittelverkehrs beitragen. Ja, ein Blick nach Bayern, denn die wollen die Cannabis-Legalisierung stoppen, was vielleicht jetzt gar nicht so lustig ist. Bayern will die Cannabis-Legalisierung in Deutschland mit einem Rechtsgutachten stoppen. Dieses soll die Pläne der Ampelregierung überprüfen. Ja, trotz bayerischer Bedenken, wegen Gesundheitsrisiken und rechtlicher Bedenken, hält die Ampelkoalition bislang an ihren Plänen fest. Das ist, wir würden sagen, zum Glück. Jedenfalls hat deswegen Bayern ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um die Völker und europarechtlichen Grenzen einer Cannabis-Legalisierung in Deutschland zu klären, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holoczek. Ja, sein Ziel sei es, die Debatte zu versachlichen. Das Gutachten solle bis Ende Februar 2023 aber vorliegen. Bayern will mit dem Rechtsgutachten die Cannabis-Legalisierung in Deutschland also stoppen. Mit der Ausarbeitung des Gutachtens ist den Angaben zufolge Bernhard Wegener, Inhaber des Lehrstuhls des öffentlichen Rechts und Europarechts an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen beauftragt worden. Ja, die Bayerische Staatsregierung lehnt die Legalisierungspläne des Bundes bisher kategorisch ab. Jüngst hatte Holoczek auch in Brüssel von der EU-Kommission ein Veto gegen die Umsetzung gefordert, da es angeblich gegen Europarecht verstößt. Ja, nachdem Lauterbach in einer vielbeachteten Pressekonferenz die Verantwortung für die deutsche Legalisierung auf die EU abgewälzt hatte, wurde aus den Reihen der Befürworter Fragen nach dem Plan B laut. Gut, denn was ist, wenn die EU sich sperrt? Dazu will sich Lauterbach in vielsagendes Schweigen. Stattdessen räumt der Minister aktuell ein, dass gegenüber der Kommission jetzt sehr gute Argumente gefragt seien. Ein erstes Gespräch zwischen dem Gesundheitsminister bzw. dessen Abgesandten und der EU-Kommission hat nachher anscheinend nach bereits stattgefunden und siehe da, auf einmal ist ein Cannabis-Gutachten darüber gefragt, wie durch die Freigabe Schwarzmärkte eingegrenzt und Konsumentenschutz gewährleistet werden könne. Ja, die Erstellung eines solches Gutachten werde aber in dem bereits gesetzten Zeitplan nicht in Gefahr bringen, beschwichtigt Lauterbach. Die entsprechenden Legalisierungsgesetze sollen, wie angekündigt, pünktlich im nächsten Frühjahr eingebracht werden. Bisher gibt es aber noch keine Informationen darüber, wer als unabhängiger Gutachter in Frage kommen könnte. Ja, und da gibt es noch eine Meldung aus Berlin. Und Polizisten dürfen kein Cannabis konsumieren. Ja, ein Polizist, der in der Ausbildung ist, kann wegen gelegentlichem Cannabiskonsum entlassen werden. Das hat das Verwaltungsgericht in Berlin mit einem am Mittwoch bekanntgewordenen Beschluss klargestellt. Durch den Konsum sei der Antragsteller schon gesundheitlich ungeeignet für den Polizeidienst. Zudem bestünden nachvollziehbar auch Zweifel an seiner charakterlichen Eignung für den Polizeiberuf, betonte ein Gericht in einem Allverfahren. Der Antragsteller befand sich seit April 2019 als Beamter auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für den gehobenen Polizeivollzugsdienst des Landes Berlin. Wegen erhöhter krankheitsbedingter Fehlzeiten und Sportbefreiungen wurde der Antragsteller polizeiärztlich untersucht. Dabei ließ er eine Urinprobe auf einen Tetrahydrocannabinol Abusus, also THC-Missbrauch, schließen, aufgrund dessen die Polizeiarztin ihn dafür ja dauerhaft polizeidienstunfähig erklärte und seine Fähigkeit zur Abstinenz in Frage stellte. Auf seinen THC-Wert angesprochen, räumte der Antragsteller punktuellen Gebrauch von Cannabis ein. Er wurde daraufhin sofort vollziehbar wegen fehlender gesundheitlicher Eignung und erheblicher Zweifel an seiner charakterlichen Eignung für den Polizeiberuf entlassen. In den Niederlanden russischer Cannabis-Asylant sucht Hilfe. Ja, ein auf Cannabis angewiesener Russe darf nicht abgeschoben werden. Der Mann, der in den Niederlanden erfolglos Asyl beantragte, leidet an einer seltsamen Form von Blutkrebs. In Russland ist seine Therapie mit medizinischem Cannabis verboten. Ja, Menschen, die an einer schweren Krankheit leiden, dürfen nicht abgeschoben werden, wenn sie in ihrem Heimatland nicht ausreichend behandelt werden können und dadurch großen Schmerzen ausgesetzt werden. Das hat zumindest der Europäische Gerichtshof in einem kürzlich veröffentlichten Urteil klargestellt. Der Anlass der aktuellen Entscheidung war der Fall eines Russen, der mit 16 Jahren in einer seltenen Form von Blutkrebs erkrankte und derzeit in den Niederlanden behandelt wird. Ja, dabei wird unter anderem medizinisches Cannabis zur Schmerzbekämpfung verabreicht und eine Behandlungsmethode, die in Russland, wie gesagt, schon verboten ist. Ja, und da die Niederlande mehrere Asylanträge des mittlerweile 32-jährigen Russen abgewiesen und eine Rückkehrentscheidung gegen ihn trafen, zog der Mann vor Gericht, ihm müsse ein Auftragstitel oder zumindest ein Aufschub der Abschiebung gewährt werden. Die Behandlung mit Cannabis sei für ihn so wesentlich, dass er ohne sie nicht mehr auf menschenwürdige Weise leben könne. Im Fall eines Abbruches der Behandlung wären die Schmerzen so groß, dass er nicht mehr schlafen und sich nicht mehr ernähren könne, was erhebliche Auswirkungen nicht nur auf seinem physischen, sondern auch auf seinem psychischen Zustand hätte. Naja, das Verfahren zog sich daraufhin bis zum EuGH und der gab dem Russen nun Recht. Niemand dürfe abgeschoben werden, wenn er dadurch einer raschen, erheblichen und umkehrbaren Zunahme, der durch seine Krankheit verursachten Schmerzen ausgesetzt wäre. Das könne auch dann der Fall sein, wenn eine notwendige mercedische Versorgung im Heimat- oder Zielland nicht verfügbar sei. Also Voraussetzung ist, dass die betroffene Person oder Behandlung derartigen Schmerzen ausgesetzt ist, dass es gegen die Menschenwürde verstoßen würde, weil ihr dadurch schwere und unumkehrbare psychische Störungen drohen. Nationale Behörden dürfen nur dann Rückkehrentscheidungen, also Abschiebungen durchführen, wenn sie den Gesundheitszustand des Betroffenen ausreichend berücksichtigt haben. Und weil wir schon mal in den Niederlanden sind, Amsterdam will den Cannabiskonsum in Teilen der Innenstadt verbieten. Manche Touristen sehen Amsterdam als ein Drogenparadies. Mit einem Kifferverbot will die Stadt nun aber Belästigung im Zentrum zurücktrennen, Um Amsterdam für die Einwohner lebenswert zu halten und vor einem exzessiven Partytourismus zu schützen, soll es strengere Regeln geben, heißt es. Der offene und freie Charakter Amsterdams erwecke bei vielen Besuchern den falschen Eindruck, denn dass alles geht und alles erlaubt ist. Die Maßnahmen betreffen hauptsächlich das Nachtleben. Also die Gastronomie sowie die Fensterprostitution sollen früher schließen und gegen Junggesellenabschiede und organisierte Kneipentouren soll strenger vorgegangen werden. Ja, eine Entmutigungskampagne soll internationale Touristen ins Visier nehmen, die sich in der Hauptstadt austoben wollen. Das geplante Verbot von Cannabiskonsum in Teilen der Innenstadt zielt nicht auf den Verkauf, also in den Coffeeshops ab, vielmehr soll das den Blow-Verbot, wie das bestehende Alkoholverbot den Konsum unter freiem Himmel auf bestimmten Plätzen und Straßen verbieten. Denn ansonsten beruht halt ein saftiges Bußgeld. Ja, und dann kommen wir zu USA. Lange Schlangen vor den neuen Shops in New York. Hunderte von Menschen standen an einem Häuserblock in Manhattan-Schlange. Der Grund? Cannabis. In New York eröffnete die erste legale Verkaufsstelle für Marihuana. Existieren zwar bereits Cannabis-Shops in New York, der Laden in Manhattan ist jedoch der erste von den Behörden genehmigte Laden. New Yorks Gouverneurin Katie Hochhul sprach von einem Meilenstein für die Cannabis-Industrie in dem US-Bundesstaat. Der Laden wird von der Non-Profit-Organisation Using Works betrieben und nutzt eine von 36 Lizenzen, die seit Ende November in New York vergeben werden. Die gemeinnützige Organisation engagiert sich auch für Aids-Kranke, ehemalige Häftlinge und Obdachlose. Der Gründer von Using Works, Charles King, kündigte an, dass die Einnahmen aus dem Cannabis-Verkauf dazu verwendet werden sollen, zehntausenden Bedürftigen in New York Wohnraum und ärztliche Versorgung bereitzustellen. In den kommenden Monaten werden weitere Eröffnungen erwartet. Der Konsum von Cannabis ist in New York seit März 2021 legal, zumindest für Erwachsene ab 21 Jahren. Der Bundesstaat profitiert von zusätzlichen Steuernahmen aus dem Cannabis-Handel und hofft auf die Schaffung von zehntausenden neuen Arbeitsplätzen. Das hört sich doch nach einer guten Lösung auch für Europa an. Eine Meldung aus der Schweiz. Schweiz, Studie startet. In der Schweiz geht es nun weiter. Denn nun kann doch eine Firma aus der Region das Gras in der verlangten Qualität liefern. Die Studie Weed Care kann in der vorgesehenen Form stattfinden, schreibt das Basler Gesundheitsdepartement, noch werden aber Probandinnen und Probanden gesucht. Die erste Ernte genügte den Anforderungen nicht. Die Alternative aus Übersee geriet rasch in Kritik. Doch nun kann die Basler Cannabis-Studie Weed Care starten mit einheimischem Cannabis. Das teilt das Basler Gesundheitsdepartement am Donnerstag mit. Demnach startet die regulierte Abgabe von Cannabis in Baslers Apotheken per Ende Januar 2023. Die Bewilligung des Bundesamtes für Gesundheit für die neuen Produkte liege vor. Es handelt sich um sechs Cannabisprodukte aus Schweizer Bioproduktion. Unterdessen wurde eine zweite Charge erfolgreich geerntet. In diesem Sinne wünschen wir auch dir eine gute Ernte. Bleib gesund, abonniert uns und lasst einen Kommentar da. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Baba. 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 humility. Of course. Baba. Baba.